und damit ein herzliches willkommen zurück zu einer runde cities xxl ja wir spielen weiter wir hatten letzte folge ja die busse gebaut und sind ein bisschen am handeln und der druck bild war der zwischendurch fertig jetzt ruckelt nicht mehr hoffe ich so wir haben 65.000 einwohner sind natürlich noch dabei am weiterbauen wir haben schon wieder arbeitslose für die war frech strom ist wieder immer noch zu wenig ist ja eigentlich was mit dem strom hier aber noch ein kraftwerk der dann wieder runter geht hoffe ich ja mal ein bisschen sich auspendelt büros ist es auch schon ein minus wird belohne einwohnern eine unterhaltung zufrieden wo bist du da wo ist das gelb wo ist denn das gelb freunde oder mal zwischendurch in schwimmbad eine kartbahn hatte ich schon glaube ich hoffe ich das ist auch schon der war der war der ist schon toll ich verstehe nicht warum das gelb ist teilweise hier ich habe nur jetzt zwei freizeit sachen und geht da auch noch ein schwimmbad soll zu jammern echt mal echt mal das ist doch hier ist nicht grün da krieg ich auch noch ein schwimmbad hin zufriedenheit in industrie warum was da los ist doch alles okay ist doch alles tutti das wird auf null bei dem einsam habe ich auf jeden fall wieder bedarf die straße auch gut büros wollte ich gucken genau büros und zwar diese so können wir noch eine straße rüber bauen würde ich sagen tut mir leid wenn ich mir ein bisschen komisch anhöre ich bin erkältet und ja was soll ich dazu sagen ich bin erkältet ich habe ein bisschen schnupfen tut da ist ein bisschen weh ein bisschen kratzen im hals aber wenn ich da mal husten muss oder so müsste er mich entschuldigen aber oder ich mich komisch anhöre aber ich bin halt erkältet und ich freue mich sowieso wieder wie bolle dass ich dass ich nachher wieder arbeiten muss mit der erkältung was soll man dazu sagen finde ich manchmal ein bisschen scheiße aber ist leider so kann man leider nicht ändern arbeiten müssen wir alle irgendwann mal da passt tatsächlich nur welche hin und dann ist hier schon zu steil naja passt schon so wieder los Büros zusammenbauen da müsste dann auch wieder steigen langsam wir haben schon alle Kraftstoffen mehr oder handeln krass 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 omnikor bitte zack und wird wieder gehandelt ich höre noch ein bisschen mehr kohle mehr kohle was wollte ich jetzt so eine gute frage müros bauen glaube ich machen wir jetzt einfach kommen so was soll es passt was war das keine ahnung nix da vibriert mein handy für nix das ist schön das ist manchmal der hammer so ich würde ja fast sagen ich brauche hier einfach mal so eine straße rüber so oder nicht können sie da auch noch durchfahren völlig ist die kiste so warte mal noch hightech industrie wäre auch noch geil ne hightech industrie wäre auch cool nochmal was zu haben ne das ist doof wenn dann so danke äh da brauchen wir wahrscheinlich gleich ja da brauchen wir 3er für ist klar aber da können wir jetzt auch die bauen was der richtige gut ist mal zwei stück qualifizierte will auch wieder haben wo ich aber gerade nicht weiß wo ich die hinbauen soll da kann man natürlich hinbauen was da da kann man auch noch hinbauen da wahrscheinlich dann nicht mehr ne was hier da genau noch welche hin sehr gut da war es halt auch schon fast auf der seite ne arbeitslos kann ich vorher sagen äh heutig so schwer industrie ist gerade wieder gefallen ist klar kraftstoff schon wieder einmal weil das gibt es ja gar nicht so ähm was brauchen wir noch 71.000 haben wir jetzt sehr gut büros sind immer noch nicht alle voll heiter industrie auch nicht äh das heißt wir bauen noch ich würde sagen eine schwer industrie hin am besten hier nein aber das geht nicht ne wo du musst so ein stück ne ok auf vier stück also aufrecht machen wir mal anders machen wir mal so mal falsch weil dann muss ich jetzt so rum machen oh also vier stück dran passen mehr so geht doch gesundheitsversorgung ist erstklassig erstklassig sagte so sieht das aus meine freunde hm 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 ach ja ach ach oh nice das verkaufen hat ne schwer industrie sehr schön sehr schön ok eine schwer industrie haben wir zu verkaufen na ist kurz davor ja kurz vor der 75.000 wo die glaube ich die nächsten sachen freigeschaltet werden ja zum beispiel 1 stufe 3 wird dann freigeschaltet sehr schön sehr schön kopfstoff habe ich jetzt ein minus gemacht das ist aber frech da muss ich mal gucken oder noch kraftstoff hier da und da da ist heute die scheiße ich hatte jeden auch ein feld hin gebaut ne genau guck mal hier da brauchen wir auch noch eins hin ich denke an die dürfen nicht so groß so brauchen wir auch noch ein kraftstofffeld hin so so von drei haben wir noch freie stellen da wollen wir noch mal so ein Ding hin bauen so ein vierer ja mit fünf häusern reicht erstmal eins haben wir auch noch stellen aber da würde ich jetzt eigentlich gerne warten bis ich die 75.000 hab weil da kann ich direkt 3er bauen ähm tsch 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 ja das ist natürlich auch so eine sache die werden wir wahrscheinlich mal woanders oh was ist jetzt passiert ups irgendwas ist da jetzt passiert ich bin rausgesucht und irgendwie ist das spiel hat sich minimiert wenn da jetzt so eine kleine ja okla drin war das weiß ich nicht ob da jetzt irgendwas passiert oder der tod ein bisschen asynchron ist das weiß ich nicht ich hoffe nicht aber wie gesagt ich hab gerade rausgesucht und dann auf einmal wurde dann minimiert warum auch immer jetzt hab ich da auch freigestellt das ist aber frech 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 freunde ach ne der passt gar nicht ach so wird es passen ach so wird es passen zack das ist doch nur so ein stück dahin stelle ich auf den berg drauf auch immer mit mit hier dingens genau das mit hier ähm genau das genau das meine ich so jetzt habe ich stufe 3 stufe 3 stufe 3 würde ich sagen fangen wir schon mal an hier irgendwo hin zu bauen die frage ist die frage ist ich will dann natürlich noch viertel machen da soll ja stufe 4 kommen stufe 3 stufe 3 würde ich sagen wo ich erstmal hier so hin stufe 3 nämlich hochhäuser stufe 3 nämlich hochhäuser so da passen wir hier so einiges mehr rein oder besser halt hohe dichte ist ja nicht stufe 3 das ist hohe dichte das sind auf jeden Fall schon mal ein paar hochhäuser das sind jetzt keine Wolkenkratzer ich glaube denn die kommen sogar noch die gibt es auch so was haben wir noch ein neues oh stufe 3 industrie das ist auch nicht schlecht eigentlich das ist auch nicht schlecht Läden haben wir auch stufe 3 geschickt einkaufszentren das sind einkaufszentren große schwerindustrie ach das ist ja schon nicht das hier ich würde sagen dann bauen wir da immer so ein so ein Ding hin mit Läden große was hat man da Indoor Golf Simulation ah ja okay was ist das hier Sportmuseum na dann ach da ne das soll ich da auch schon ach die haben wir noch mal nicht 50.000 ok da haben wir ein neues ja ne wir haben eine große doch schon ne ne da haben wir neue Sachen 11 11 bis 15 mittelschule oder ne schule an sich brauchen wir mal ne schule hin 11 bis 15 da brauchen wir ein neues mittel aber wir haben schon eine polizei da stehen blödsinn was ist das hier ach so umwelt ah hinterfälle aha verbessert die umwelt in der umgebung ah cool cool selbe choice haha hop super aha hm sehen die umwelt überhaupt aus hier uh 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 elektroautos wär schon mal schön hier soll chrisse da und hier kriegt auch noch so einen hin so will schön will schön oh kraftstoff ist zu viel kann man immer wieder verticken verticken so wie sieht das jetzt aus hier sind auf jeden fall schon hochhäuser wie man sieht sind es definitiv schon welche und so wir haben jetzt wie gesagt stufe 3 ähm schwerindustrie weil natürlich schon mal richtig geil ist ähm wir haben stufe 3 an Läden gehabt was ja auch richtig cool ist stufe 3 von denen machen richtig viel plus so jetzt müssen wir mal gucken was haben wir denn jetzt freistellen bei führungskräfte da waren wir schon mal einheit gebieten hier wir haben freistellen bei qualifizierten wie immer mein mein gott ich sage ich bin wie gesagt ich bin erkältet also seht ihr mir ein bisschen nach und ich muss auch noch gleich arbeiten ich finde das finde ich richtig frech wenn man erkältet ist dass man arbeiten muss aber ist so leider ist es so ich hoffe man die turnspur wird jetzt nicht ist nicht asynchron geworden ne ich hoffe es ehrlich gesagt drei drei Ölfelder schon wieder ich habe doch drei zwei Aschen viel soll ich denn noch bauen wo viel Öl hier ist ey ist ja der Hammer ja ich reiche das schon wird doch wieder zu groß so 19 solange ich da nicht mit der Stadt bin ist das egal so weit meine ich aber jetzt kann ich auf jeden Fall noch nur Öl auf der Riefe wow habe ich nicht sogar schon eine gebaut ja klar da oben aber jetzt pass mal um denn das Ding macht richtig Kohle zack das Ding macht wirklich richtig Kohle also das steigt gleich glaube ich die Token-Position das ist doch nicht verbunden Kumpel seitdem dafür sind wir auch noch mal so ja jetzt ist verbunden und wie viel Talk machen wir äh muss man denn äh Kraftstoff haben wir jetzt plus 8 na aber wir machen irgendwann ziemlich Minus habe ich gesehen gerade wir machen jetzt plus 8 das heißt wir können noch 8 Stück verticken zack rums 40.000 so geht das wir haben noch irgendwas gerade gehabt normalerweise können wir die immer noch nicht achso die haben auch 500.000 Einwohner alles klar Petrochemie wow wow naja gut der Timer war gerade an das heißt ähm wir werden jetzt wieder ein Päuschen machen und wie immer sage ich wenn euch die Folge gefallen hat lasst ein Like da lasst ein Abo da lasst ein Kommentar da ansonsten wieder einen schönen Tag einen schönen Abend wie auch immer und wir sehen uns beim nächsten Mal bei EinhornesCities XXL Tschüssingen Tschüss